Jo, willkommen zur Adventure Map, äh, was ist das? Epic Jump Map. Mit GLP und mir. Hallo. Ich hab auch gerade schon im Chat gelesen, das haben schon ganz, ganz viele andere gespielt, aber ich glaube, man kann nicht spielen, was andere noch nicht gespielt haben. Hör mal. Naja, außer du hast irgendwelche komischen Chinesen im Keller, die dann, ne, individuelle Maps für dich basteln, und zwar nur für dich. Ja, aber die müssen schon in die Fahrräder treten, damit ich jetzt Strom habe für heute. Ach so. Da können die nicht noch, äh, Maps für mich basteln. Ja doch, dabei. Geht doch. Die müssen sie ja nicht festhalten, die fahren ja nicht wirklich. Guck mal, Multiplayer Co-Op Action. With up to four players. Warte, ich mach mal eben mein, mein Pfirsichwasser auf. Hört sich irgendwie eklig an, oder? No. Deaktivier mal die Waypoints, ähm, wie mach ich das? Zock, zock erst seit einem Jahr. Ja, mc, zock erst seit einem Jahr, mc, und weiß nichts. Willkommen im Club. Ich glaube, m war das, ne? Ja genau, auf m. M. Waypoints Mann, Profi-like. Okay, jetzt laufen wir direkt mal los hier. Ich glaube, hierher. Start hier. Okay, enjoy. Welcome. Don't place any blocks, bla 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 bla. Achso, wenn du ins Wasser fällst, sollst zurücklaufen. Gasttiers sind als, ähm, ähm, äh, was ist das, Score? Als Punkte. Und vor, ähm, was ist das, versteckte Truhen ausschau halten. Ja, genau. Ja, die ist ja total versteckt. Nein, nein, das braucht man ja nicht. Achso. Hä? Wir spielen auf Peaceful. Achso, jo. Achso, hier sind Blütenblätter. Und wenn du ins Wasser fällst, dann musst du wieder zurück. Ja, super. Na. Lusche. Lusche, ich bin erst einmal runtergefallen. Ich auch. Hättest du noch die andere Web sehen müssen, die war krass. Ich bin schon, ja genau, schon ein paar Mal. Alter. Ich bin in die Lava reingeklatscht. Und zum Glück ist das keine Lava. Ja, das wär echt nervig. Ma, meine Güte, direkt wieder ins Wasser. Bam, ich bin, ich bin da. Hey. Ähm, kann mir mal jemand eben das Kommando schreiben für den Tag? Daytime, irgendwas, was ist das? Äh, die Map heißt Epic Jump Map. Timestat 100, okay. Ich glaub, Version 1, Punkt 1. 100. Hä? Timestat 0, okay. Er meint, äh, hier hast du die erste... Wo ist denn hier eine Insel? Les mal. Hast du die Truhe gefunden? Oder kleine Insel? Oder kleine Insel? Hm. Na, vielleicht auf dieser? Achso. Wo denn? Auf der ersten... Achso, auf der hier, wo wir gerade sind. Na, auf der ersten Insel. Da soll eine Truhe gewesen sein. Ja, die haben wir ja gesehen, aber das wäre eine andere. Ja, dann... Da war bestimmt einer im Pilz. Wetten? Na, ja, egal. Ich darf ja zurückschwimmen. Zurückschwimmen dürfen wir. Ach, Time, der geht auch. Ja, stell dir mal vor, wir müssten immer den Weg erneut gehen. Einmal komplett zurück und wieder hin. Das wäre echt eklig. So ist das bei dieser anderen Map, ne? Da bist du sofort tot, wenn du einen Fail machst. Ach, hier, guck mal, Impulse. Ich hab... Ich hab eine Gasträne, das sind Punkte. Ja, dann heb du einfach alle auf und dann... Können wir jetzt rüberschwimmen, weil wir haben ja geschafft, oder? Ja, genau, schubst du mich unter. Ey! Ah, boah. So schaffen wir das. Boah. Voll der Spurt hier. Ja, ich glaub, mein Fehler ist es auch, wirklich immer abzusetzen. Man muss teils wirklich durchspringen. Ist einfacher. Meinst du? Bin schon da. Was steht da? Okay. Go grab a boat from the magic cloud up here. Ähm. Achso, wir müssen ein Boot holen. Ja. Autsch! Haha. Du freust dich, wenn du Schaden bekommst. Ma... Oh! So knapp! Lusche! Hey! Oh, was steht hier? You can hold jump and sprint... Achso, jump and sprint... ...on light blue wool. Enjoy! Ja, dann geh mal. Warte, ich soll... ...Anlauf nehmen und gedrückt halten? Ja, so wie immer. Okay. Oh, toll! Ja, dann macht er mal. Direkt wieder runtergesprungen. Sprint will help you. Oh! Krass! Checkpoint! Was ist das denn geiles? Ich drück mal den Hebel, ne? Oder soll ich auf dich warten? Wo bist du? Oh, ich zerstöre gerade meinen jungen Körper. Und zwar nicht mit Drohnen, sondern mit... Wichsen. Durch Fallschaden. Durch Wichsen. Also, ihr zerstört eure Körper mit Wichsen, Leute. Ach, guck mal, wer sich jetzt alles vertoucht. Ach, guck mal, er hat's gleich. Ich drück mal den Hebel jetzt. Nein! Ach, Checkpoint, hier kann man hoch springen, was? Ah, ne, hier kann man hoch, äh, schwimmen. Hui! Ah, ja, das war gerade der Checkpoint, den hab ich geklickt. Ja. Geile Idee eigentlich. Gute Idee, ja. Mach's ja so die ganze Zeit. Mach's ja so die ganze Zeit. Das hättest du mir nicht zeigen dürfen. Ja, gut. Nein! Ah! Ey, mach das nicht. Ich wollte das vorhin nicht. Oh, guck mal, ganz knapp, ne? Wow, ja. Okay, ich lass es aber. Einmal reicht, ja. Gibt's hier keine Fernbedienung? Warte. Abraxa schreibt, ich mag GLP nicht, er mobbt der Beat oder so. Wer hat mich letztens ne Klippe runtergeworfen? Ich war dat nicht. Dat sind Brüder. Genau. Man wirft sich Klippen runter. Dat sind Brüder halt, so, ne? Wie im Real Life. Oh! 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 Ich stelle euch echt mal vor, ich würde dat LP in. Wat soll man denn hier... Wie soll man dat denn LP in, wenn man immer nur runterfällt? Haha. Ja, wat soll hochschwingen? Hochschwimmen, runterfallen. Guck mal, hier ist... Da könnte er allerdings auch irgendwie beschleunigen und so eine Art Fail-Counter einbauen. Das wäre auch ganz interessant. Guck mal, hier ist jetzt auch ein Checkpoint, ne? Wenn du nochmal runterfällst. Ich beobachte dich mal. Genau, guck mal. Mit Optifine hab ich mal angesoomt. Oh! Sauber! Ah, ich muss weg. Nein! Oh! Oh, wenn wir Koop spielen, kriegt eine Person einen Bonus. Warum auch immer. Und? Oh! Boah! Äh, ich wollte zwar gerade deine Nachricht wegen Optifine vorlesen, allerdings bist du am Spam, deswegen tue ich es lieber nicht. Schau links im Baum. Ah! Oh, einer darf den Bonus haben. Boah! Ja toll, wie komme ich denn da hoch? Ja super, von der Wolke, ne? Warte, ich hole mir erst mal den Bonus und dann gehe ich zu dem Baum. Hä, wie würdest du denn da rüberspringen? Wohin? Ach ne, vom Baum kommt man ja nicht. Hä? Alter! Von hier fehlt... Ne, das kann ich mir nicht vorstellen. Ach, war ein Checkpoint? Oder musst du mich rüberprügeln? Ja, beim Springen. Ne, das... Wie Explosion. Ich probier's... Ja, dat müssen wir... Oh, ich... Trottel. Dat müssen wir unbedingt mal zocken. Ja, super, Fehl. Explosion! Hier sind keine Boote mehr, hier ist nur eins drin. Da müssen sich keine gar nicht alle nehmen. Ich hab mal ein paar Boote genommen. So. Runterrennen vom zweiten Checkpoint. Aua, meine Beine. Warte mal eben, ich guck mal eben hier rum. Ja, ich bin da! Und nix drin, hui! Ah, hier! Rüstung. Ach, bist du drüben? Ein Gauss-Ding, ja. Ah, okay. Ich soll jetzt hier runterfallen. Und, äh... Dann da Boot nehmen. Na, ich hab ja schon ein Boot für dich. Aua. Hier, warte, nimm. Ah. Kriegst du nicht. Hä? Doch, zwei Punkte! Coop-Cake-Party? Was ist das denn? Versteh... Versteh nicht. Ich hab keine Hunger. Jetzt ist er kaputt. Okay, der hat's nicht gespammt, deswegen... Die seht ihr jetzt einfach mal im Vor-Di. Selbe Information von eben. Äh, bei Optifine ist jetzt direkt auch Better Glass drin. Das, was du immer benutzt. Achso, ja, weiß ich. Ja? Okay. Hui! Achso, man muss den Schalter drücken. Dann wird er schließen. Und dann mit dem Boot dahin. Aha. Achso. Nicht laufen, sondern... Aber hier steht nur ein Spieler. Achso, kann er das irgendwie machen? Keine Ahnung. Das geht bestimmt. Warte mal. Ach, du Scheiße. Nach fünf Sekunden nochmal drücken. Warte, ich mach mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und jetzt... Ja, aber ich frag mich, was... Was ist denn hier... Also, man deaktiviert sich hier, frag ich mich. Ja, du musst auf der anderen Seite irgendwie den Schalter drücken. Hol du die linke Truhe. Jo. Da war schon eine Träne drin. Ach, du Scheiße. Ui. Ist aber schon... Also, das... Das kenn ich auch noch nicht. So was. Das weicht innovativ. Nein, mein Boot ist kaputt. Aha. Tschüss. Ich geh ohne dich weiter. Aber egal, ich schwimm jetzt zu deiner Truhe. So, ich glaub, dann kann ich hier durch. Wow, schnell. Wow, 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 wow. Boah, da hätte man... Oh, was denn? Wo bist du? Ja, 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 ja. Ja. Mein Boot ist kaputt und ich bin drüber. Hast du den Schalter gedrückt? Welchen Schalter? Nein. Das ist irgendwo ein Schalter, glaub ich. Ach so. Warte. Äh, congrats on making it. You may leave your boat here. Okay. Oh, nur ne Träne. Äh, was steht hier? Äh. Ja, komm mal drüber. Ich hab's da gerade... Oh. Okay, da. Swimming below? Na unten schwimmen? Wo denn? Von deiner Seite? Na hier unten. Ey. Komm doch hier hoch. Warte. Was machst du denn? Ich will einmal sehen, wo es richtig geht. Versteh ich gerade nicht. Ach man, du. Wissen du. Unter Wasser. Nein, normalerweise drückst du den Schalter und dann öffnet sich irgendwo ein Durchgang. Ja hier, der. Da. Das hast du doch gerade gesehen. Da bin ich doch... Ach jo. Ja toll, voll der Fail. Okay, du hast es geschafft. Du standest gerade auch dran und die Teile sind runtergegangen. Achso, hier, warte. Ich, ähm... Und ne Rüstung hast du bestimmt noch, ne? Boah. Ja, warte. Gib dir mal das Schlechtere. Hey. Den Rest hab ich doch schon Diamant. Ich auch. Ab to the jungle. Ein Licht im Blauen. Ach, ich seh, ist ne Tür ist da unten. Wo? Unter Wasser. Ja, ich kann da nicht unter Wasser gucken. Siehst du denn, du kannst, wenn du unter Wasser bist, geht das? Äh. Ah ja. Da ist ein... Warte, ich muss mal ihm näher gehen. Nö, irgendwie nicht. Ist immer noch zu dunkel. Ah, nee. Doch, da unten. Voll hell. Wollen wir da mal hin? Ja, ich bin hier unten grad schon drin. Achso. Da ist ein Schild. Rollerloll. Das war's. Ja, und, ähm... Irgendwas hier reintun? Warte mal, hier ist bestimmt unter der... Ne, ich darf keine Blöcke totmachen. Guck mal hier rein. Hier ist, glaub ich, nichts, oder? Nee, nee. Achso, die Wolle im Haus dürft ihr kaputt machen. Ah, stimmt. Hat er ja gesagt. Wolle darf man zerstören. Und, was war drin? Äh, zwei Tränen. You're good. You're good. Okay, jetzt werden zurück. Zurück? Zurücklaufen? Oh, wird grad dunkel. Aber ich lass es mal. Sieht interessant so aus. Ja. Bin ich auch. Auch mit dem schlechten... Na, boah, was war dat denn? Mit dem schlechten Wasser. Schlechtes Wasser? Uah. Gammelwasser, ja. Lecker. Das fehlt irgendwie noch. In Sumpfgebieten Gammelwasser. Gibt's denn schon richtige Sumpfgebiete? Ja, nur da, wo die Lianen sind. Mit ein bisschen anderer Erde. Ja, aber das ist ja... Ich verstehe es auch nicht. Warum... Warum macht Nudge nicht einfach nur verschiedene Arten von... Gewässern rein? Weil Nudge... Weil Nudge nix mehr macht? Ja.